Meine Teamkolleginnen und ich, wir nehmen uns eigentlich gern was von daheim mit. Wir kochen uns da meistens was vor und da sitzen wir sich dann einfach gemeinsam zusammen und essen dann. Also wir gehen immer um drei Viertel zehn zum Jausenwagen. Ich und mein Teamleiter und da nehmen wir uns dann eine Jause und das reicht dann eigentlich für über den Tag. Da setzen wir uns immer zusammen in der Küche und reden über den Tag und reden auch was Privates. Das ist super zu runtergekommen, ein bisschen vom ganzen Stress.